Habt ihr Lust auf ein bisschen ein etwas anderes Dinosaurierbuch, dann ist der Dinosaurier im Fels vielleicht etwas für euch. In diesem Buch, ein Sachbuch ab 10 Jahren, geht es nämlich eher darum, nicht nur was Dinosaurier sind und was für verschiedene Dinosaurier-Skelette gefunden worden sind und wie sie gelebt haben, sondern hier geht es eher um die Entstehungsgeschichte der Archäologen, wie der erste Fund vonstatten gegangen ist, wie schwierig es zum Beispiel auch mitunter gewesen ist, in der früheren Zeit als Archäologe oder Archäologin wahrgenommen zu werden und Forschungsreisen zu finanzieren. All diese Sachen werden in diesem Buch unglaublich spannend erzählt. Es sind immer kurze Geschichten, die eben sich um unterschiedliche Themen befassen, sehr umfangreich, lest es unbedingt, wenn ihr Dinosaurier-Fans seid, das ist richtig, richtig gut.